Wir sind hier in Kastrekum an See. Das ist jetzt von dem Campingplatz Geberstühlen, wo wir sind, ungefähr 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Das ist ein riesen Parkplatz, da kann man sich draufstellen. Ich glaube, wir haben jetzt 8,50 Euro für den Tag bezahlt. Es ist sehr voll hier. Wir haben Samstag, Anfang September und es ist auch warm. Es sollen, glaube ich, heute bis zu 26, 28 Grad werden. Gleich noch ein paar Eindrücke hier vom Strand. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Hier ist dann die Zufahrt zum Parkplatz. Zufahrt zum Parkplatz. So, das Wasser Anfang September ist natürlich, beziehungsweise schon Mitte September, ist natürlich relativ frisch, aber erträglich. Zumindest hat es heute kein Wind, es ist aber noch recht früh morgens. Kommt also noch. Wir hoffen unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.